Hallo zusammen und willkommen zu diesem Video. Heute mit einem ganz besonderen Thema und zwar geht es um mein neues Buch mit dem passenden Titel Fotografieren kannst auch du. Wie ich an das neue Buch herangegangen bin, was euch natürlich im Buch erwartet und vor allem welchen Mehrwert das Buch gegenüber vielleicht anderen Büchern bietet. All das erfährst du in diesem Video. Fotografieren kannst auch du. Tatsächlich ein Satz, den ich sehr, sehr oft zu Workshop-Teilnehmern sage, wenn sie am Anfang stehen und noch nicht so richtig wissen, ja, wo soll die Reise hingehen oder vielleicht auch einen Selbstzweifel haben und sagen, ja, ich komme so richtig mit den Einstellungen nicht klar. Ich frage mich, ob ich am Ende des Workshops tatsächlich auch fotografieren kann. Und auf genau dieser Basis habe ich dann im Grunde angefangen, mein Buch zu schreiben. Mein neues Buch zum Thema Fotografieren kannst auch du. Und der Titel ist dann tatsächlich auch hier entsprechend natürlich die Vorgabe für den Inhalt. Denn worum geht es im neuen Buch? Ganz neu ist ja das Schreiben von Büchern in der Thematik Fotografie für mich nicht mehr. Mittlerweile habe ich ja in den letzten vier Jahren jetzt dann schon das vierte Buch zur Thematik Fotografie geschrieben. Angefangen hat das Ganze ja bei mir mit meinem ersten Buch mit dem passenden Namen Filterfotograf. Auch hier habt ihr mir viel, viel Feedback zugegeben. Und euch hat vor allem meine Art und Weise zu schreiben gefallen, dass es simpel erklärt ist. Das größte Problem am Bücherschreiben, wenn man über eine Thematik schreibt, die einem selber gut liegt, ist natürlich, dass man schnell das Problem hat, dass man in eine Art Erklärung abschweift, die für Leute, die nicht so tief in der Materie stecken, schwierig zu verstehen ist. Das ist das allergrößte Problem. Und das Feedback bekomme ich von euch auch immer wieder zu meinen Videos, wo es um die Basics geht. Wo viele von euch sagen, hey super, endlich hat es mal jemand so einfach erklärt, dass ich es auch verstanden habe. Und so war auch mein Anspruch jetzt beim neuen Buch. Bei mir hat sich das Ganze ja fortgesetzt, nicht nur bei Filterfotograf, sondern natürlich auch Polarlichter fotografieren und natürlich auch fotografieren mit einer Glaskugel. Auch hier habe ich genau diesen Vorsatz so gehalten. Ich habe das Ganze versucht, so einfach und verständlich wie möglich zu schreiben. Ja, und ich glaube, auch beim neuen Buch ist es mir gelungen. Und tatsächlich war es aber ein bisschen umfangreicher, das Projekt, als noch bei den vorangegangenen Büchern, weil man sich den Buchrücken hier mal anschaut und das Ganze mal vergleicht. Wenn ich zum Beispiel mit meinem ersten Buchprojekt Filterfotograf, dann sieht man, da sind einige Seiten im neuen Buch jetzt doch dazugekommen. Es sind nämlich über 200 Seiten. Über 200 Seiten, in denen ich auf die Basics, auf die Basics der Fotografie eingehe. Und wenn ihr das Buch verinnerlicht habt, auch ihr in der Lage seid, ja, digital zu fotografieren. Denn das Buch fängt tatsächlich bei den Basics an. Es gibt eine kurze Einleitung, und zwar zur Fotografie. Wie ist dann eigentlich die Geschichte der Fotografie? Dann geht es natürlich mit den absoluten Grundverständniserklärungen weiter. Ja, was ist denn so ein Kamerabody? Ja, wo ist denn hier das entsprechende? Wo ist denn der Sensor? Und wo sind so die Hauptbedienfelder, die ich brauche? Was ist denn eine Speicherkarte? Wie sieht denn die aus? Wie sieht denn der Akku aus? Ja, das tatsächlich sehr, sehr an den Basics orientiert. Und dann geht es Step by Step ins Aufbauen. Das heißt, das Buch eignet sich nicht nur für alle Einsteiger, die komplett einsteigen in die Fotografie, sondern natürlich auch schon für, ich sag mal, Gelegenheitsfotografierer, die ihre Kenntnisse ausbauen wollen. Denn da geht es nämlich im Buch mit weiter. Es geht dann natürlich weiter mit den Grundverständniserklärungen. Ja, Isoblende Verschlusszeit. Ja, die Haupte Basics in der Belichtung, das Belichtungs-Drei erkennt er ja, das muss verstanden werden. Und auch das alles wieder im Buch an praktischen Beispielen. Wie sieht es denn aus, wenn ich zum Beispiel die Verschlusszeit und den Iso gleich lasse, dafür aber die Blende verändere, zum Beispiel von der Offenblende 2.8 bis geschlossene Blende 22. Was macht das mit meinem Bild? Das Ganze dann natürlich wieder an praktischen Fotos, damit man es auch visuell gut erkennen kann, entsprechend bebildert. Und wir gehen weiter, nicht nur natürlich übers Belichtungs-Dreieck, sondern auch auf den Iso wird nochmal speziell eingegangen. Für welche Lichtsituation ist der Iso besonders gut geeignet? Ja, auch hier natürlich immer wieder an bebilderten Beispielen. Und dann gehen wir natürlich weiter. Wir schauen uns mal an, was ist denn die beste Art zu fokussieren? Welche unterschiedlichen Fokuseinstellungen gibt es denn? Und wie erreiche ich hier mein allerbestes Ergebnis? Und auch eine Sache, die oft ein bisschen vernachlässigt wird, ist tatsächlich der Weißabgleich. Und auch auf den gehe ich nochmal genau ein. Welche Messmethode, welche automatische Methode vielleicht für den Weißabgleich ist denn geeignet? Für welche Situation? All das gibt es im neuen Buch, natürlich entsprechend mit Beispielen. Und all das sind eben Step-by-Step kleine Aufbaubausteine, die dich zum Schluss dahin bringen, dass du dein Foto verstehst, wie es funktioniert, wie es gemacht wird. Egal mit welcher Kamera, egal ob mit Canon, Sony, Nikon, völlig egal, ob mit Micro Four Third, ob mit APS-C, ob mit Vollformat oder vielleicht sogar mit Mittelformat. All das sind ja Basics, die auf alle Formate zutreffen. Auch das natürlich nochmal der Unterschied. Was sind denn diese unterschiedlichen Formate? APS-C, Micro Four Third, Vollformat. Auch das natürlich nochmal ausführlichst erklärt. Und dann gibt es natürlich nochmal einen kleinen Exkurs in den Bildaufbau. Was ist zu beachten? Was ist denn überhaupt diese Drittelregel? Wie stelle ich das in der Kamera ein? Wie nutze ich es in meinem Foto, damit ich eine bessere Bildwirkung bekomme? All das ebenfalls hier bei mir im Buch. Und dann gibt es noch einen Teil, und den habe ich mir so ein bisschen abgeschaut, muss ich ganz klar sagen, an den aktuellen Fahrschulbedingungen, die unsere Kinder, gerade der Große, der ist jetzt gerade bei der Fahrschule. Und da ist mir natürlich dieser alte Fahrschulfragebogen, den ich auch mal ausgefüllt habe, mit diesen verschiedenen Antwortmöglichkeiten, der ist mir in den Sinn gekommen. Und den habe ich quasi so ein bisschen als Vorlage für einen Übungsteil genommen, den es dann anschließend im Buch auch noch gibt. Also wenn wir alle Basics durch haben, gibt es nochmal einen, ich möchte nicht sagen Prüfungsteil, aber einen praktischen Teil. Du bekommst eine Aufgabe, du siehst ein Bild, und dann gibt es eine entsprechende Fragestellung. Es gibt dann vier Antwortmöglichkeiten, und die richtige Antwort, die gilt es dann ja erstmal selber herauszufinden. Die gibt es dann natürlich jeweils auf der gegenüberliegenden Seite. Und es gibt nochmal eine ausführliche Erläuterung, warum ist diese Antwort richtig, und warum musst du genau das für dieses Bild machen? Ihr seht also ein Rundum-Sorglos-Paket in diesem Buch, das sich durch die komplette Fotografie, durch die Basics, durch den Bildaufbau führt. Und natürlich kommst du irgendwann, wenn du all das verstanden hast, das Belichtungsdreieck doch an die Grenzen, und zwar an die Grenzen des Machbaren deiner Kamera, weil eben der Dynamikumfang deines Sensors dann an seine Grenzen stößt. Und genau für den Fall gibt es ja nicht nur das Büchlein Filterfotograf, das ja viele, sehr viele von euch schon gekauft haben. An der Stelle natürlich vielen, vielen Dank für euren Support und eure Rückmeldungen. Sondern auch in einem neuen Buch gibt es nochmal einen kurzen Abriss über die Thematik Filter, das Fotografieren mit Filtern. Wann sind sie wirklich notwendig? Welchen Filter kannst du zum Beispiel überhaupt gar nicht ersetzen in einer Software? Ganz klar, ihr werdet es wissen, schreibt es mir gerne unten in die Videokommentare. Und dann zeige ich euch nochmal tatsächlich ganz kurz, wann und wo brauchst du zum Beispiel einen ND-Filter, wann brauchst du einen GND-Filter, um tatsächlich das Beste aus deiner Kamera und auch aus deinem Foto herauszuholen. Tja, heute ist Liefertag gewesen. Es gab ja schon die Möglichkeit, das Ganze vorzubestellen bei mir im Shop. Ich habe dann gesagt, ab dem 1.11. wird ausgeliefert. Aber, ja, ab heute, wo ich das Video drehe, sind die Bücher gekommen. Ihr seht es, hier sind sie schon. Eine große Masse ist da. Es geht jetzt in den Versand der Vorbestellungen. Alle, die ab sofort bestellen, wird dann im normalen Rhythmus quasi das Buch verpackt und versendet. Tja, Lieben, vielleicht hast du ja mein neues Buch schon, während du dieses Video anschaust. Dann lass mir gerne zum Buch dein Feedback da. Und ansonsten, wenn euch die kleine Information zum neuen Buch, worum geht es denn da, wie bin ich an die Sache rangegangen, gefallen hat. Und ihr vielleicht auch denkt, Mensch, das könnte mir vielleicht weiterhelfen. Dann lasst mir gerne eure Meinung und natürlich auch fürs Video gerne einen Kommentar und einen Daumen hoch da. Tja, Lieben, das soll es gewesen sein. Vorstellungen, mein neues Buch, Nummer 4 in 4 Jahren. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr es bislang noch nicht getan habt, dann könnt ihr gerne an dieser Stelle natürlich völlig kostenlos meinen Kanal abonnieren. Ihr Lieben, ich hoffe, wir sehen uns wieder in einem der neuen Videos. In diesem Sinne, bis dahin. Bis zum nächsten Mal.